Ich werfe dem Schiedsrichter nicht vor, dass er Rassist ist, aber es ist für mich eine Beleidigung, die aufgrund der schlechten Aussprache kommt und das ist für mich eine rassistische Beleidigung. Unter den Tatsachen wollte ich nicht weiterspielen, bzw. ich durfte sowieso nicht, aber ich habe gesagt, wir sind hier, wir sind Müllmannsberg, wir sind MSV Hamburg und gerade wir stehen dafür, dass wir Spieler aus allen Herren Ländern in unserer Mannschaft haben und dann akzeptieren wir sowas nicht. Aus meiner Sicht muss man mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich sage es mal so, wenn ein Schiedsrichter immer, wenn er bei einem Spiel beleidigt wird, den Platz verlassen würde und aufhören würde zu pfeifen, dann würden wir im Grunde genommen in Hamburg fast kein Spiel mehr zu Ende kriegen. Denn durch irgendjemand, ob es ein Zuschauer ist, ein Trainer, ein Spieler, kommt in jedem Spiel irgendwo eine Beleidigung vor. Dann darf dem Schiedsrichter sowas einfach nicht rausrutschen. Das darf nicht passieren und dementsprechend haben wir es einfach gesagt, das geht über das Sportliche hinaus. Ich kenne die Konsequenzen, ich werde meine Verhandlungen bekommen, ich werde dafür meine Strafe absetzen müssen. Das ist auch völlig gerechtfertigt, aber das sehe ich einfach so, dass da der Schiedsrichter so weit immer noch seine Fassung halten muss und sagen muss, da steht er drüber und sowas darf einfach einem Schiedsrichter nicht rausrutschen. Man muss natürlich auch sehen, dass Schiedsrichter auch Menschen sind und auch Menschen mit ihren Charakteren und Menschen mit ihren Fehlern. Und es wird jeder schon erlebt haben, dass wenn ich einen flapsigen Spruch bekomme, auch mal ein flapsiger Spruch zurückkommt. Und da muss halt natürlich der Schiedsrichter die Grenzen kennen. Ganz klar, das wird auch so gelehrt. Und wie gesagt, wenn da jemand wirklich über das Ziel hinausschießt, dann ist das nicht in Ordnung. Er hat es ja auch bestritten. Ganz klar, vehement auch dann nach dem Spiel. Ich weiß, was ich gehört habe. Er weiß, was er gesagt hat. Und ich will einfach auch nur, dass da dann auch darauf geachtet wird, dass auch nicht nur die Spieler bestraft werden. Weil wenn hätte ein Glinder das laut gesagt und der Schiedsrichter hätte das gehört, der Glinder wäre auch mit rot vom Platz gegangen. Warum also darf der Schiedsrichter sowas? Trotzdem gibt es natürlich gewisse Regularien. Da müssen sich die Spieler dran halten und da müssen sich auch die Schiedsrichter dran halten. Ich bin ja nun selber langjähriger Schiedsrichter und ich habe natürlich eine andere Verantwortung als Schiedsrichter und habe auch eine andere Position. Ich als Schiedsrichter kann mich wehren mit gelben und roten Karten. Das können Spieler nicht. Und insofern habe ich natürlich eine andere Position. Ich bin ja schon.